So, hallo, wir machen weiter. Bei Portal Reloaded, letztes Mal haben wir schon leichte Schwierigkeiten gehabt, aber am Ende dann doch noch die Kammern geschafft. Ich bin gespannt, wie weit wir jetzt druggeln. Wahrscheinlich geht's jetzt so los, eine Kammer pro Video, ne? Ihr kennt das. Wahrscheinlich landen wir jetzt an dem Punkt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh, okay. Das ist, glaube ich, die F-Taste. Gleich mal testen. Ich setze hier und hier ein Portal. Ja, Torel, Trim, Torel, Indicators. Dann ist es hier ja auch. Ja, gut. Ja. Ich hätte nur eins, mh... Achso! Jetzt hab ich... Jetzt weiß ich, dass in der Vergangenheit hier eins ist. Und ich weiß, dass in der Gegenwart hier eins... Ah, ja, 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 okay. Das macht hier alles nur komplizierter. Gut, holen wir uns mal einen Würfel. Oder was auch immer dieser Knopf macht. Oh. Achso. Achso. Oha. Ich glaub, das hat hier gar nichts mit Würfeln zu tun. Ich muss die schnell drücken, die Dinger. Ich muss die Teile schnell drücken. Ja, ich hab hier gar keinen Würfel. Okay, das ist jetzt so ein Ding. Du musst eins, zwei, drei drücken. Drei ist wahrscheinlich... Gut, vielleicht haben die auch unterschiedliche Zeiten. Wir müssen die mal einzeln uns erstmal angucken. Hier ist der Dreierknopf zum Beispiel. Hier ist auch der... Ah, ja. Okay, die Knöpfe sind nur in der Gegenwart. Aber die Wege dorthin... Ah, ich sie... Okay, ich muss jetzt also erstmal testen... Welches... Am längsten Zeit gibt. Wie lange läuft der? Ja, genau. Der läuft nämlich schon deutlich länger. Sehr viel länger. Okay, das war der. Der hat wirklich relativ lange Zeit gehabt. Jetzt gucken wir uns mal den Einser an. Wollte nicht zoomen. Sehe ich hier auch den Indikator? Ja, sehe ich alles von hier. Okay. Der braucht auch recht lange. Aber ich glaube, der Zweier hat am längsten gebraucht. Kann es sein? Wird mit dem Zweier anfangen. Ähm. Dann kann ich ja so und so die Portale setzen. Hier ist der Weg. Das sollte doch jetzt schon passen, oder? Mal gucken, ob ich schnell genug bin. Nicht mal ansatzweise. Okay. Gut. Nicht mal ansatzweise. Aber so in etwa. So in etwa. Gut. Ähm. Ich meine, wir müssen wahrscheinlich mit den Portalen besser arbeiten. Wahrscheinlich, dass ich Portale hier lasse. Also sinnvoll wäre es auf jeden Fall, wenn ich von hier direkt nach da komme. Das muss doch gehen. Ne? Von hier nach da. Genau. Aber die sind jetzt ja nur in der... In der Zukunft aktiv und nicht in der Gegenwart. Ja gut, wir fangen einfach mal mit dem Zweier wieder an. Äh. Ich brauch... Das da brauch ich. So genau. Hier sind die aktiv. Hier könnte ich also sofort eine Verbindung herstellen. So. So. Dann brauch ich hier den anderen. Ja genau. So passt es doch jetzt. So sieht es doch jetzt ganz gut aus. So. Und jetzt wäre es sinnvoll, wenn ich von hier... Wenn da in der Zug... In der... Ah. Wenn hier in der Gegenwart dann direkt der... Der Weg rausführt. Äh. Dahin. Also hier ist ja in der... In der... Ne? Wenn ich da jetzt noch in blau setze, in der... Ach. Ich hab hier keine Verbindung. Die Verbindung hab ich ja nur in der Vergangenheit. Okay. Aber ich weiß, dass hier das blaue ist. Wenn ich also dann in der Gegenwart hier in orange setze, dann laufe ich da durch. Also kann ich überall setzen. Ist egal, wo ich es setze. Okay. Okay. So. Jetzt also. Ich muss... Ich muss mich kurz sammeln. Weil das muss jetzt schnell gehen. Ähm. Ich drücke hier. Ich geh hier durch. Ich geh hier durch. Ich schieß mir ein Zeitportal. Geh durch. Drücke dort. Und mach dann, wenn ich dort wieder bin, direkt ein, äh, orangenes Portal. Einfach hier an ne Wand ran. Und dann komm ich direkt zum Schalter 3. Okay. Setups sollte passen. Wir gucken mal. Problem ist, sobald ich's einmal vers... Ja, ist jetzt falsch. Nee, den hab ich grad gedrückt. Okay, das war da falsch. Ich muss... Ich muss erst durch das Portal gehen. Oh Gott. Setzt mich doch nicht unter Druck, Freunde. Äh. Huh. Huhuhuhu. Okay. Okay. Das war interessant. Oh je, wir bekommen es jetzt mit Turrets wieder zu tun. Da ist ein Weg. Komme ich da rüber oder ist das Deko? Ich bin einfach komplett durchgefallen. Es ist Deko. Alles klar. Ich dachte, ich habe ein Secret gespottet. Ja. Ja. Oh, ähm. Oh, warte. Ah, nee. Ich habe den Weg falsch gesehen. Es war ein bisschen zu dunkel. Ich habe den Weg falsch gesehen. Okay. Ja. Ja. Ich bin auf meinem Weg, okay? Ich bin auf meinem Weg. So. Jetzt würde mich aber wieder interessieren, ist dieses andere Ding... ...eine Worte zu übernehmen. Nicht so. Erinnerst mich, die Test-Subjekt-Teleportation-Devices... ...at dem Start der ganzen Test-Sektion... ...sobald du auf irgendwelchen Punkt während dieses Test sterben... ...möglichst du die Atoms, die du hast gemacht... ...und sie wieder zusammenfassen. Gut als neu. Okay, ich kann hier entlang laufen, aber... ...es scheint jetzt nicht irgendwas zu nutzen. Okay, es war... Oh. Ich habe es kaputt gemacht. Ich komme nicht raus. Ich bin eingequetscht. Ich komme nicht raus. Kann ich crouchen? Nein. Ich komme nicht raus. Ich stecke fest. Stabil. Einen solchen Fall. Ah komm schon. Ich komme nicht. Ich sterbe öfter in diesen Zwischensequenzen... ...als im eigentlichen Raum. Mann! their trip to the future come to think of it it's actually quite remarkable that you are still alive so okay hier ist nichts hier ist nichts hier ist nichts weiter if you are concerned about your odds of survival don't be remember the test subject teleportation devices at the start of each test section should you die at any point during this test we can simply rearrange the atoms you are made of and put them back together good as new so sehr schön das ist eine koholimode das aja so was kommt hier raus und würfel mit zeitverzögerung kommt der würfel raus das heißt den kann ich zum beispiel darüber schicken dann freut er sich aber ich kann ihn auch darüber schicken weil das ding ist schon schief ja und dann ist der da warum ist das so lila ok es macht die tür auf also alles was ich am ende will ist ein würfel hier hin zu bekommen dafür will ich dass dieses ding gedrückt wird und das war's ja das dachte ich mir da ist alles kaputt das heißt da komme ich an den würfel aus der warum ist das so ach das ist der indikator von der das ist der zukunftsindikator so wenn ich den jetzt hier drauf setze dann schaltet der dieses ding ein ok verstehe das heißt in der zukunft müsste der da drauf sein so jetzt kann ich aber ja in die zukunft und kann ja hier rein kann es ja hier machen jetzt ist doch der offen so jetzt kann ich mir doch den hier schnappen und damit in die ach so ja ne geht doch ich kann jetzt doch hier aufmachen ich kann hier durch ach ja aber der fällt ja nicht der fällt ja nicht hier runter stimmt der fällt ja nicht da runter ähm ok ganz so einfach ist es dann noch nicht der muss da fallen und muss darüber und das ding muss die ganze zeit noch offen sein ist deswegen dieser diese verzögerung da dass nämlich falls es wäre möglich ihr es 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 Was wäre denn, wenn ich... Also gut wäre es, wenn wir folgendes schaffen würden. Gut wäre es, wenn wir es schaffen würden, dass hier der... Also egal in welcher Zeit jetzt, aber dass hier der Zukunftswürfel ist. Ne, andersrum. Hier ist der Zukunftswürfel. Und hier drüben habe ich den... Nee, eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es egal, weil wenn der hier ist, der Würfel, dann habe ich gewonnen. Ich muss nur einen Würfel hier hinkommen. Egal in welcher Zeit, ne? Also in der Zeit würde das genauso funktionieren. Wahrscheinlich muss ich es auch in der Zeit machen. Das ist eigentlich die einzige Frage, wie kriege ich den Vergangenheitswürfel hier drauf? Aber auch so, dass er da drauf bleibt. Weil er bleibt da ja nicht drauf, wenn ich jetzt mit dem anderen da rumspiele. Dann verschwindet der ja wieder. Und wenn der da verschwindet... Der verschwindet sofort und erst später kommt der nach. Also das ist wirklich ein bisschen verzögert. Okay. Folgende Idee. Kann ich von hier aus... Nein, kann ich nicht. Das haben sie schon extra dazu gemacht. Okay. Das kann ich nicht von hier aus selbst auslösen. Kann... Okay. Hm. 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 Ja, das verschwindet auch. Okay. Ähm. Hm. Ja, das nützt mir ja nichts. Weil es ja der andere ist. Hm. Irgendwas muss es hier mit diesem Zeitding auf sich haben. Der muss aus irgendeinem Grund verzögert sein. Entweder, dass ich irgendwas nicht breaken kann. Oder dass ich diese Verzögerung zu meinem Vorteil nutzen muss. Die Frage ist jetzt, die schaffen wir es... Eine Verbindung herzustellen. Von hier nach da. Aua. Aber ich... Irgendwie das Gefühl, dass wir das nicht schaffen. Never mind. So geht's. Ja, jetzt habe ich meine Verbindung. Jetzt habe ich meine Verbindung. Und brauche diese Fläche hier auch gar nicht mehr. Jetzt kann ich ja einfach durch... Das blaue Portal... ...den Würfel da schicken. Der fällt da automatisch drauf. Der fällt da automatisch drauf. Aber das... Diese Situation, dass der da drauf ist... Die bräuchte ich ja mit dem... Ah! Nee. Die Situation bräuchte ich ja eigentlich... Hier ist nicht zufällig so ein Ding, dass ich das auch machen kann. Nee, hier kann ich das nicht machen. Also hierdurch kann ich eigentlich ja nur... Oh, was ist denn, wenn ich folgendes probiere? Hier ist es jetzt ja auch offen. Aber wenn ich jetzt da einen neuen erstelle... ...geht es ja wieder zu, ne? Ja. Es ist noch nicht, es ist noch nicht perfekt. Da, da... Eine... Das ist noch nicht... Noch nicht hundertprozentig durchdacht. Oder? Geht der immer wieder gleich hoch oder wird der langsam? Der wird weniger. Es wird weniger, ne? Es wird mit der Zeit weniger. Ja. Okay, aber das ist... Ne, der verschwindet ja, wenn ich... Ah! Ich darf... Ne, ich bewege den ja nicht. Also wenn ich jetzt hier in die Vergangenheit zurückgehe... Ich bewege den ja nicht. An dem ändert sich ja nichts. Wenn ich hier rumspiele, ändert sich an dem ja nichts. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, deswegen ist da auch die Verzögerung. Ich glaube, genau deswegen ist da auch die Verzögerung. Dann kann ich nämlich... Dann kann ich nämlich... Wo ist das Feld eigentlich, wenn ich jetzt... Habe ich hier meine Feld... Ah, hier habe ich meine Feld jetzt verloren, ne? Ah, das Blaue habe ich noch. Das Blaue da drin habe ich noch. Okay, das wird jetzt nicht angezeigt. Weil es nicht... Äh, es ist nicht gültig. Ich verstehe. Ich verstehe. Das ist jetzt so nicht gültig. Ähm... Wir probieren jetzt mal was. Ich bin's einfach. Nice. Es hat funktioniert. Und so habe ich den jetzt im Übrigen bewegt. Nein. Wir können nicht von dir infiniten Klonen machen. Weil von den stupiden Regeln der Quantenmechanik. Nur wenn du sterben, können wir deine Atoms nehmen und re-create dein Körper für weiterentwickelte Testung. Ja, Mensch. Gut. Ein weiterer Abschnitt. Ihr merkt schon, die Rätsel brauchen jetzt eine Weile. Aber wir kommen noch dahinter. Wir kommen noch grundsätzlich dahinter. Es dauert ein bisschen, aber wir kommen dahinter. Ich hoffe, ihr habt die Geduld. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.